Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Master Duel Analyse bzw. Deck Profil. Heute mit Manadium Sprite oder Manadium Sprite. Wir sind als erster dran, haben Maxi gezogen, Sprite Blau, Stoß der drei Taktiken, Manadium Vorstellung und Manadium Obsession. Nicht die beste Starthand, wirklich die Going Second wäre hier besser gewesen mit Maxi und Stoß der drei Taktiken. Wir könnten zwar was machen, indem wir Sprite Blau normeln und dann halt ein Monster mit Manadium Obsession, Sprite Blau zerstören und dann dürfen wir uns den Field Spell holen und von da aus können wir weiterarbeiten. Aber nicht die geilste Line, deswegen. Wir sind als erster dran, leider. Hat unser Gegner, glaube ich, an der Stelle ausgewählt. Wir machen nichts. Wir könnten, aber wir machen diesmal nichts. Wir aktivieren Maxi in der Hoffnung, dass er rein spielt und uns möglicherweise Nibiru ziehen lässt. Falls er zu viel specialt. Und er spielt erstmal den Starleach, den Sternvasal Saferd. Heißt, er spielt mit angrenzender Wahrscheinlichkeit Dragon Link. Wenn ihr das seht, habt ihr eigentlich zwei, drei Optionen. Entweder Chaos, Unwahrscheinlich. Drachenmädchen, Branded. Das wäre so eine Option, Drachenmädchen oder Branded. Aber auch hier nicht so wahrscheinlich wie Dragon Link. Das ist eigentlich ein perfekter Starter für Dragon Link. Er wirft ein Saroni ab und holt sich den abgehörlichen Magnemuth. Saroni wirft die Markiert-Wiederfahren-Karte vom Deck auf den Friedhof. Ein merkwürdiger Spielzug an der Stelle. Aber wenn er dem meint... Ähm... Ja. Beendet den Spielzug. Er möchte nicht in Maxi reinspielen. Das ist schade. Aber wir sind dran und ziehen Manadium glühend. Endlich haben wir eine Manadium-Karte. Wir spielen Manadium glühend. Dürfen, weil Manadium glühend ein Stufe-2-Monster ist, unseren Sprite Blau Special. Blau specialt jetzt aus dem Deck oder holt aus dem Deck Jet, der sich wieder specialen darf, denn wir kontrollieren ein Stufe-2-Monster. Jet sucht uns eine Sprite-Zauber oder Falle aus dem Deck, wenn er gespecialt wird. Manadium glühend sucht uns den Starter. Den nicht direkt aktivieren, denn der Starter sagt, für den Rest des Spielzugs können wir nur Monster der Stufe des Rangs des Links 2 beschwören. Das ist für Manadium nicht so geil. Wollen wir also am Ende des Spielzugs erst aktivieren. Gleiches gilt für Giant Sprite. Wir aktivieren die Manadium-Obsession, zerstören unser Manadium glühend und suchen uns so den Feedspell. Glühend aktiviert dadurch seinen Effekt, specialt uns sanft aus dem Deck. Aktivieren den Feedspell, holen uns Riumhardt. Riumhardt zerstört sanft. Pumpkes specialt aktiviert den Effekt von Riumhardt. Das heißt, wir dürfen uns eine Manadium-Karte aus unserem Deck suchen außer Riumhardt. Aktiviert sich der Effekt von sanft, dürfen ein Manadium sanft aus dem Deck spezialbeschwören und dann können wir seine Stufe um 2 erhöhen, sodass es ein Stufe 4 Empfänger wird. Zusätzlich aktiviert sich auch noch der Feedspell, dürfen also unser sanft wieder aus dem Friedhof spezialbeschwören. Sanft kommt aus dem Friedhof, sanft kommt aus dem Deck, wird ein Stufe 4 Empfänger und wir suchen uns Manadium furchtlos. Ob das an der Stelle das beste Gameplay war, ob wir hier Manadium furchtlos unbedingt rausholen müssen, ähm, I don't know. Ich spiele gerade tatsächlich zum ersten Mal Manadium und ich dachte, hey, Manadium-Sprite, das ist eine Stufe 2er, kann funktionieren. Ja, wir machen eine 8er Synchro mit unserem Stufe 4 Empfänger, ne, eine 10er Synchro mit unserem Stufe 4 Empfänger, unserem, ähm, Riumhardt und unserem Jet. Zu, und ich erkläre auch gleich warum, Baron de Fleur, die Blumenbaronen, denn er konnte was machen. An der Stelle vermutlich war es sein Magnamut, den er auf der Hand hatte, sein Bistil, den er halt verbannen kann, wenn er abgeheuerlicher Saronier in seinem Friedhof warnt wird, denn wir hatten bis dato noch gar kein Licht- oder finsternes Monster im Friedhof. Glühend ist Feuer, sanft ist Wasser. Jetzt erst durch den Strahl und, äh, Riumhardt haben wir Licht- und finsternes Monster im Friedhof, wodurch er seinen, ähm, ja, Magnamut beschwören kann, konnte er aber natürlich vorher, indem er seinen eigenen Saronier verbannt. Trotzdem habe ich an der Stelle kurz Schiss bekommen, dass er Nibiru bekommen könnte, oder Nibiru hat, und jetzt gezögert hat, Nibiru zu beschwören, an der Stelle. Weil das wäre der Moment gewesen, wo, wenn er nur Nibiru gehabt hätte, Nibiru wirklich das Beste ist, was er hätte aktivieren können. Hat aber nicht gemacht und bevor diese Befürchtung sich bewahrheitet, lieber einen Baron beschwören, der Nibiru negaten kann. Er aktiviert Baldrake, verbannt unseren, ähm, Riumhardt und aktiviert zusätzlich seinen Magnamut und verbannt unseren Jet, oder andersrum. Aber er beschwört seine beiden Besteals. An der Stelle kein Problem, der Besteal, den, ähm, Baldrake, wollen wir loswerden, denn wenn wir eine Synchro oder generell eine Beschwörung aus dem Extradeck machen, oder eine Ritualbeschwörung, kann ja ein anderes Drachenmonster, oder Licht- oder finsternes Monster, ähm, ein anderes Licht- oder finsternes Monster als Tribut anbieten, und das beschworene Monster, das wir beschworen haben, verbannen. Das wollen wir nicht. Wir haben aber glücklicherweise, gleich nachdem er seinen, äh, abgehörlichen Magnamut-Effekt aktiviert, bedeutet, er darf sich einen Drachen in der Endphase auf die Hand holen, wir haben glücklicherweise Stoß der drei Taktiken, wäre an der Stelle auch nicht so wichtig gewesen, wir hätten jetzt auch Blumenbaronens Effekt aktivieren können, um den abgehörlichen Baldrake zu zerstören. Aber wir haben Stoß der drei Taktiken, dürfen uns also eine Karte aus dem Deck suchen, eine Zauber, eine normale Zauber- oder Falle. Suchen uns Talent der drei Taktiken. Das aktivieren wir auch direkt und klauen seinen Baldrake. Das ist super nice, denn Baldrake ist ein Stufe-6-Monster, zusammen mit einem Stufe-2-Empfänger, einem Wasserempfänger bei der Stelle, an der Stelle, ist eine Stufe-8-Synchro zu Steinbefreier entstiegene, entstiegene, entstiegene Rachid. Das ist ein Zauber- und Fallen-Negate, einmal pro Spielzug, solange sich ein Wassermonster im Friedhof befindet. Das ist ein schnelle Effekt, können wir also auch im gegnerischen Spielzug aktivieren und mit Manadium sanft haben wir ein Wassermonster im Friedhof. Aber wir haben noch andere Wassermonster, deswegen können wir auch auf anderen Wege benutzen. Aktivieren die Manadium-Vorstellung, wir zeigen ein Manadium-Monster in unserer Hand oder dieser Star Wars vor, an der Stelle Manadium-Furchtlos, dürfen zwei Karten ziehen und eine Karte davon wird dann unters Deck gelegt. Wir zeigen Manadium-Furchtlos vor und legen auch Manadium-Furchtlos unters Deck. Wir ziehen ein Fieldspell und ein Drowland-Logbird. Fieldspell für den nächsten Spielzug, interessant, Drowland-Logbird kann unseren Gegner ordentlich nudeln, deswegen nehmen wir mit rein. Aktivieren jetzt den Starter, denn wir haben nicht weiter vor, große Beschwörungen zu machen, die nicht Stufe-2 sind. Starter beschwört jetzt unseren Rot aus dem Deck, Rot und Blau werden zu Sprite Sprint. Sprint schickt jetzt den flinken Angler vom Deck auf den Friedhof. By the way ein Wassermonster, das heißt auch hier wieder Drachit. Beschwört unsere beiden flinken Mantas aus dem Deck, sind beides Wassermonster. Auch hier nice, wenn wir die im Friedhof haben, aktiviert, lässt den Effekt von Drachit aktiv werden. Dass wir hier entstiegender Sprite Sprint an dieser Stelle beschworen haben, ist wichtig, denn hätten wir das an dieser Stelle gemacht, hätten wir keine Link-Beschwörung mehr machen können. Weil der Pfeil halt auf Baron gezeigt hätte. In diesem Fall zeigt er aber auf ein leeres Feld, das heißt hier könnten wir noch eine weitere Link-Beschwörung machen, der Stufe-2, also des Links-2. Machen aber erstmal eine X-Beschwörung mit unseren beiden flinken Mantas zu Riesen-Sprite. Riesen-Sprite aktiviert seinen Effekt und specialt aus dem Deck ein Stufe-2-Monster, indem er ein Material ablegt. In diesem Fall Sprite Carrot ist ein Zauber-und-Fall-Negate, wenn wir ein Monster der Stufe-2 oder von Link-2 auf den Friedhof legen. Wenn wir ein Link-2-Monster oder ein Rang-2-Monster, heißt Link- oder Exi-Monster, auf den Friedhof legen, um eine Zauber- oder Falle zu negieren, wird die sogar zerstört. Ist also interessant für permanente Zauber, wie Field Spells oder ja, permanente Zauber halt. Dann machen wir eine weitere Link-Beschwörung mit Riesen-Sprite und Sprite Carrot zu Sprite Elf. An der Stelle wichtig, dass wir hier die Lücke gelassen haben, so können wir Elf beschwören. Elf kann nicht in dem Spielzug als Link-Material benutzt werden, indem er beschworen wird. Gleiches gilt für Sprint, heißt die beiden können wir nicht mehr weglinken. Wir brauchen dementsprechend keine Link-Beschwörung mehr für diesen Spielzug, aber unser Sprite Elf darf einmal pro Spielzug in der Mainphase ein Stufe-2-Monster im Friedhof wählen und als Spezialbeschwörung beschwören. Wir holen uns die Karotte als Zauber- und Fall-Negate, aktivieren den Effekt von Baron und poppen seinen abgeheuerlichen Magnamut. Und hätten wir jetzt nicht Stoß der drei Taktiken gehabt, das uns dann das Talent der drei Taktiken gesucht hätte, hätten wir den Baldrake zerstört, hätten nicht Drachit beschworen. Alles andere wäre so eigentlich weiter passiert. Bedeutet, wir hätten einen Baron, wir hätten einen Zauber- und Fall-Negate, wir hätten einen Sprite Elf, der uns den Rot im nächsten Spielzug in seiner Mainphase aus dem Friedhof beschwört. Heißt, da hätten wir sogar einen Monster-Negate. Alles, was dann fehlen würde, wäre ein Zauber- und Fall-Negate an der Stelle. Und er hätte jetzt halt den Magnamut, das heißt, sein Stern-Vasal, Seifert oder der Magnamut würden vermutlich noch auf dem Spielfeld liegen. Wir greifen an mit Baron, zerstören den Seifert, greifen direkt an mit Steinbefeuer entstiegender Drachit und mit Sprint und mit Elf. Und unser Gegner hat noch 1000 Life-Points an der Stelle, ein kleiner Fehler von mir, glaube ich. Und, ähm, ja, denn wir müssen unser Stufe-2-Monster nicht in Verteidigungsposition beschwören durch Elf's Effekt. Wir hätten an der Stelle Sprite-Karotte auch in Angriff bringen können und dann wäre unser Gegner jetzt platt gewesen. Kleines Misplay von mir an der Stelle. Er holt sich den abgeheuerlichen Alba los, interessant. Und aktiviert Ecclesia, ein merkwürdiges Deck, Dogmatiker-Bestiel. Ist es das, was es ist? Ich bin etwas verwirrt, dass es nicht Dragon Link ist an der Stelle. Er darf auf jeden Fall seine Ecclesia specialen, denn ein vom extra Deck beschworenes Monster liegt auf dem Spielfeld, beziehungsweise sogar vier Stück. Wir chained darauf den Effekt von Elf und holen uns so unsere Karotte aus, äh, Karotte unseren Rot aus dem Friedhof, was ein Monster-Negate ist, der auch ein Monster zerstören darf, wenn wir ein Rang-2 oder Link-2-Monster als Tribut dafür anbieten, was wir mit Sprint durchaus machen könnten. Er sucht sich seine Dogmatiker-Falle, ist uns egal. Er hat sich eine Karte der Hand hinzugefügt, heißt, Roland Lockberg wird aktiv. Er darf sich in diesem Spielzug keine Karten mehr vom Deck der Hand hinzufügen. Verband drei Karten für Chaos Leviania und will seinen Effekt aktivieren. Er darf jetzt zwei Karten auf dem Spielfeld zerstören. Das wollen wir nicht aktivieren, darauf den Effekt von Sprite Rot. Unser Sprint sagt Goodbye. Der Effekt von Chaos Leviania wird negiert und Leviania wird zerstört. Unser Gegner geht in die Endphase, kann wohl anscheinend nichts mehr machen an der Stelle. Wir sind dran, ziehen eine weitere Manadium-Absession, Entschuldigung. Aktivieren nochmal den Field-Spell. Er chained darauf seine Dogmatiker-Falle, darf jetzt ein Monster vom Exerdeck auf den Friedhof legen, das gleich viel oder mehr Angriffspunkte hat als eines unserer Monster und das dann zerstören. Er wählt Baron aus. An der Stelle haben wir mehrere Optionen, ob wir jetzt Drachid aktivieren oder Sprite Karotte oder, also Sprite Karotte können wir auch negieren und den Rot dann wegpacken. Und Rot würde sich wieder beschwören oder würden wir wieder beschwören durch Elf in dem Effekt. Wir können es aber auch mit Blumenbaronen Omni negaten. Allerdings, Omni-Negate habe ich gerne weiterhin aktiv. Denn Blumenbaronen ist nur einmal, solange sie auf dem Spielfeld liegt. Nicht einmal pro Spiel zu. Wir aktivieren den Effekt von Drachid und negieren das Ganze. Holen uns durch den Field-Spell ein Visa Starfrost auf die Hand. Eigentlich egal, was wir uns da holen. Machen eine Link-Beschwörung mit unseren beiden Sprikes zu IP. Das ist jetzt eigentlich nur noch Flexplay, denn wir haben ein Game auf dem Spielfeld. Gehört sich nicht, aber ich musste noch Link-Beschwörung machen. Noch nicht Link-Beschwörung, Synchro-Beschwörung? Ich weiß gerade gar nicht. Spezial-Beschwörung, Spezial-Beschwörung musste ich machen. Deswegen, ich wollte den Quest abschließen, obwohl ich an der Stelle den Quest schon abgeschlossen hatte. Also, gehört sich nicht, macht's nicht, zieht es nicht in die Länge. Wir dürfen auf jeden Fall den Sprite Elf, durch den Effekt von Elf, nochmal die Carrot Spezialbeschwören aus dem Friedhof. Und machen eine Link-Beschwörung von Link 4 zu Avermax. Und das hätten wir auch im gegnerischen Spielzug machen können. Heißt, wenn wir jetzt nicht Game auf dem Spielfeld gehabt hätten, dann könnten wir jetzt auch einfach beenden. Wenn er irgendwas gehabt hätte, um die Battleface zum Beispiel zu beenden oder sowas, dann hätten wir im gegnerischen Spielzug in der Mainphase mit Elf nochmal unseren Rot beschworen und hätten dann ebenfalls in der Mainphase mit IP den Mechritter Crusader Avermax beschwören können, der nicht durch Karten-Effekte zerstört werden kann, weil er mit IP gemacht worden ist, nicht durch von Karten-Effekten des Gegners als Ziel gewählt werden kann und gegen Spezialbeschworene Monster im Kampf eigentlich immer gewinnt. Ja, dann hätten wir halt im nächsten Spielzug einen Avermax gehabt plus einen Carrot Negate oder einen Rot Negate, weil uns dann halt, wir müssten dann halt Carrot oder Rot opfern, aber an der Stelle wäre ja auch Steinbefreie entstiegender Rachid als Zaubernfall Negate wieder aktiv und Blumenbaronen hat ihren Omni-Gate auch noch nicht aktiviert. Deswegen nice, nice. Ähm, wir aktivieren den Effekt von Baron, Baron zerstört die Eccleisure, greifen an und beenden das Spiel. Das gegnerische Board war an der Stelle natürlich nicht ganz so geil, aber ich wollte mal zeigen, wozu das Deck so in der Lage theoretisch ist. Manadium ist relativ neu, ich weiß nicht, wann das Video rauskommt, und wir sind derzeit am 13. Dezember um, äh, 4 Uhr nachts. Warum nehme ich immer um diese Zeit auf? Aber ja, wir sehen uns gleich in der Deckliste. So, da sind wir in der Deckliste. Was haben wir im Deck? Wir haben zweimal Kauten und Schlossvogel. Man kann überlegen, ihn ganz rauszunehmen, man kann überlegen, ihn einmal zu spielen, damit man ihn mit Auslöschungsinformat negieren kann. Äh, dreimal wären Optionen, aber zweimal reicht, meiner Meinung nach. Deswegen ist optional. Dann haben wir dreimal Maxi, muss sein. Dann haben wir Flinker Manta, zweimal, den wir halt specialen können durch den Effekt von Flinken Angler, wenn er auf den Friedhof gelegt wird, durch den Effekt von Sprint. Zweimal den Flinken Angler, einmal der Flinke Biber. Flinker Biber kann halt auch Flinkmonster aus Friedhof oder Deck spezialbeschwören und damit können wir dann relativ schnell in einen Elf, in einen Sprint oder in einen, ähm, in eine IP oder auch in einen Riesensprite rein, je nachdem, was wir brauchen. Geht theoretisch sogar, äh, wir aktivieren oder beschwören Flinker Biber als Normalbeschwörung, beschwören als Spezialbeschwörung aus dem Deck den Flinken Angler. Flinker Angler und Biber werden zu Sprite Sprint. Sprint schickt den zweiten Flinken Angler vom Deck auf den Friedhof und beschwört dann die beiden Mantas und dann haben wir nochmal zwei Stufe Zweier und können von da aus in Riesensprite reingehen oder in Elf. Und Elf beschwört uns dann halt wieder einen der Stufe Zweier aus dem Friedhof und Elf könnte dann als Material für Riesensprite benutzt werden und so weiter und so fort. Dann haben wir zweimal Sprite Blau, einmal Sprite Strahl, einmal Rot und einmal Parrot. Soviel zu den Sprite Monstern. Dann haben wir Manadium Furchtlos. Kann man rausnehmen. Weiß ich noch nicht, ob ich's möchte, aber ich hab sie einmal drin. Dann hab ich dreimal Sanft, weil Sanft ist die wichtigste Karte bei Manadium. Dann einmal Glühend. Würde ich einmal drin lassen, weil, wie gesagt, Furchtlos ist, glaube ich, am ehesten den, den man, ja, rausnehmen könnte. Dann haben wir zweimal Ash, meinen Karnenüberlegene Dritte reinzunehmen. Äh, dann zweimal Manadium Riumhard. Auch hier, meinen Karnenüberlegenen Dritten reinzunehmen. Aber da war ich so, ja, nein, ich hab gern 45 Karten mit drin. Also, ich sag mal, 40 Karten Decks sind auch nice, aber 45, das ist so ne magische Grenze bei mir, deswegen. Zweimal Riumhard. Dann zweimal Visa Starfrost. Einmal Nibiru. Hab ich auch überlegt, zweimal mit reinzunehmen. Tatsächlich ist das Replay, ähm, leicht, also das Deck, was wir im Replay gespielt haben, leicht verändert. Da hatten wir nämlich zwei Nibirus drin und nur zweimal den Feedspell. Startet dreimal den Feedspell. Aber ich glaub, der Feedspell ist so wichtig an der Stelle, dass wir ihn dreimal spielen wollen. Deswegen einmal Nibiru. Wenn wir ihn ziehen, nice. Wenn wir ihn nicht ziehen, wir können ihn auch negaten durch Auslöschungsinformant. Deswegen habe ich ihn einmal drin. Dann haben wir einmal Harpien Flederwisch. Einmal Verstärkung für die Armee. Die Verstärkung für die Armee sucht uns den Riumhard. Dann einmal Herold des Abgrunds. Und einmal Talent der drei Takt... Zweimal Talent der drei Taktiken. Alles Karten, die wir uns suchen können durch Stoß der drei Taktiken. Harpien Flederwisch, super gegen Labrimph, super gegen Trap Tricks. Herold des Abgrunds. Generell super gegen Towers. So wie Pearly Noire oder Ex-Purly Noire oder wen haben wir denn noch? Weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ist High-End Punisher. So ein Zeug. Dann haben wir zweimal Stoß der drei Taktiken. Zweimal erreicht. Man kann auch überlegen, nur einmal Talent der drei Taktiken reinzunehmen. Ja, muss nicht zweimal drin sein. Kann man auch einen Kaiju für reinnehmen oder sowas oder einen zweiten Nibiru. Je nachdem, was man da haben möchte. Falls man Talent der drei Taktiken nur einmal besitzen sollte. Dann ja, zweimal Stoß der drei Taktiken. Zweimal reicht. Muss man nicht dreimal spielen. Dann haben wir einmal Manadium Vorstellung. Halt zum Karten ziehen. Einmal. Kann man überlegen, zweimal mit reinzunehmen und dafür eine Abzession rauszunehmen, falls die einem fehlt. Aber ja, ist eine ganz nette Karte. Aber die anderen Karten sind besser, meiner Meinung nach. Deswegen dreimal Abzession. Dreimal der Feert Spell. Auch hier kann man überlegen, nur zweimal reinzuspielen, falls einem der eine fehlen sollte. Aber ich empfehle, drei mit reinzunehmen. Dann haben wir einmal vom Grab gerufen. Auch hier kann man zweimal spielen. Habe ich aber nur einmal. Möchte das gerade nicht craften. Deswegen einmal. Einmal Auslösungsinformant. ist eine super Karte, wenn wir sie auf der Hand haben. Kann Maxi negaten. Kann Kauz und Schlossvogel negaten. Kann im Mirror Match Sprite negaten. Oder halt auch die Manadiums. Kann Aschblüte, Ash negaten. Nibiru negaten. Harpien Flederwisch kann negatet werden. Herold des Abgrunds. Triple Tactics. So ist der drei Taktiken. Das sind alles Karten, die dadurch negatet werden können, solange sie in unserem Deck schlummern und wir Auslösungsinformant auf der Hand haben. Dann haben wir Sprite Starter. Einmal. Einmal reicht. Wir müssen ihn nicht zweimal spielen. Und einmal Manadium Umdeutung. Ist halt ein ganz netter Negate an der Stelle. Weil eigentlich kontrollieren wir immer Synchromonster. Aber kann man theoretisch auch rausnehmen. Muss ich noch überlegen, ob ich sie mit drin haben möchte. Extra Deck. Teuflischer Astralaut. Ist halt ganz interessant, wenn wir ein Manadium Rheumheart und ein Visa Starfrost im Friedhof haben. Aber ansonsten eher uninteressant. Deswegen, die meisten spielen ihn anscheinend auf zwei in Manadium. An dieser Stelle mit den Sprites in Kombination würde ich sagen, einmal reicht. Es kommt nicht so häufig vor, dass Rheumheart und Starfrost halt im Friedhof liegen. Zusammen. Dann haben wir einmal Sternstaubangriffskrieger. Wir können in der Theorie schnell mal eine Sechser machen mit einer Manadium Karte und unserem Rheumheart. Ist dann interessant für Kristallflügel Synchro Drache. Kann man theoretisch drauf verzichten. Habe ich bisher keinmal beschworen. Aber die Option wäre zumindest da, dass man aus unserem Sternstaubangriffskrieger, der uns eine Karte ziehen lässt, wenn er beschworen wird, und einem der Manadiums auf Stufe 2 dann zu Kristallflügel Synchro Drache rüber geht, beschwört. Das ist ein Monster Effekt und Destruction und auch generell eine Super Karte, wenn es um Angriffe geht. Also in der Battle Phase kann sie praktisch auch nicht zerstört werden durch Monster der Stufe 5 oder höher. Praktisch äh, nicht zerstört werden. Dann haben wir einmal Goldenes Wolkenungeheuer Malong. Das ist auch eine interessante Sechser Karte. Ist ein Empfänger, by the way. Das heißt, damit können wir auch mit den Sprites in Stufe 8er Synchros gehen oder mit Rheumheart in Stufe 10er. Und hat den schönen Effekt, falls die Karte als Spezialbeschirmung beschwört, du kannst ihre Stufe um 1 erhöhen oder verringern. Auch hier interessant. Wir können halt, ähm, das auch zu einem 7er-Empfänger machen, wenn wir wollen. Wozu wir das brauchen sollten? Eigentlich brauchen wir es nicht, aber falls wir in Kautz und Schlossvogel normeln sollten an der Stelle, könnten wir eine 8er-Beschwörung damit machen. Wir können ihn aber auch zu einer Stufe 5er-Empfänger machen. Aber auch hier brauchen wir eigentlich nicht. Es sei denn, wir klauen uns ein gegnerisches Monster mit Talent der drei Taktiken. Ja, aber der interessantere Effekt ist, äh, falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, egal durch welchen Effekt oder ob sie als Material auf den Friedhof gelegt wird, wir können eine offene Karte des Gegners wählen und sie auf die Hand zurückgeben. Das ist halt auch ganz nett. Ansonsten, falls man die Karte nicht hat, wäre hier auch der... Wie heißt er? Vorallendrache interessant. Auch hier ein Empfänger der Stufe 6 und lässt uns eine Karte ziehen, wenn sie auf den Friedhof gelegt wird. Ähm, ja, ansonsten, ja, der Effekt, du kannst eine Karte abwerfen und dann eine Karte, wen dir der Gegner kontrolliert. Zerstöre sie, ist auch ganz nett, deswegen kann man mit reinnehmen. Dann Kristallflügel Synchro Drache, kann man mit reinnehmen, muss man nicht, aber, ja, ist optional. Muss ich noch schauen, ob der wirklich gut passt an der Stelle. Ansonsten kann man auch überlegen, sowas wie Kaliberlade Wilddrache, ne, den haben wir schon drin, Draco Berserker, der Tenji mit reinzunehmen. Chaos Ruler lohnt sich eher nicht. Ja, dann haben wir einmal Kaliberlade Wilddrache, ist eine super 8er Synchro. Wenn wir ein Linkmonster im Friedhof haben, kriegt er eine Gates und ein anderes Boost. Dann einmal Drachid, wir haben schnell mal Wassermonster im Friedhof, deswegen, abgesehen, wie er funktioniert. Dann einmal Baron, einmal abgeheuerlicher Disparter, ist mehr oder minder interessant für Visa Starfrost und Rheumhard halt. Er braucht allerdings ein Drache, nicht Empfängermonster. Bedeutet, wir müssen unseren Kristallflügel Synchro Drachen oder unseren Kaliberlade Wilddrache benutzen, plus einen Zweiempfänger, dann können wir den abgäuerlichen Disparter beschwören. Wenn jetzt also unser Visa Starfrost und unser Vanadium Rheumhard verbannt sind, durch den Effekt von Astrolode, zum Beispiel, und wir Disparter aufs Spielfeld bekommen, wäre das eine Option, dann können wir ihn nämlich wiederbeleben, oder halt, es ist auch ein Zauber und, äh, nicht ein Zauber, ein Monster Negate, wenn unser Gegner, äh, verbannte Karten hat. Oder halt eine Destruction, wenn wir verbannte Karten, Licht und Finsternes Monster haben. Auch hier optional, man kann andere Sachen reinnehmen, zum Beispiel, äh, Eishyadigimir, ist interessant, weil es halt auch mit einem Manadium Empfänger funktionieren würde, weil das halt ein Wassermonster ist. Oder Schwertseelen Oberherrscher Schenging wäre als Zehner auch interessant. Oder man nimmt einen weiteren Achter, das ist doch euch überlassen. Dann einmal Chaos Engel, ist interessant, wenn wir das mit, äh, Visa Starfrost und Vanadium Rheumhard machen können. Wäre dann eine Option, dann sind all unsere Synchro-Monster, weil wir Lichtmonster als Material verwendet haben, ähm, die bleiben von Monster-Effekten unberührt, vom Gegnerischen. Man könnte aber auch, zum Beispiel, mit, äh, Visa Starfrost auf dem Spielfeld und einem Sprite Blau und einem Jet zusammen auch die Karte beschwören, dann hätten wir Licht und Finsternis. Bedeutet, auch, äh, zusätzlich, unsere Monster können nicht durch Kampf zerstört werden. Ist eine Option, auch hier kommt man nicht super schnell rein an der Stelle. Deswegen, ja, nein, ist euch überlassen, ob ihr mit reinnehmt. Ist nicht so wichtig. Riesensprite, wichtig. Ihr habt gesehen, wie er funktioniert. IP, wichtig. Zweimal Sprite Elf. Kann man überlegen, einmal reinzumachen. Ich hab ihn lieber zweimal drin. Dann einmal Sprint und einmal Avermax. Das sind da die wichtigeren Karten. Ja, ansonsten wären auch noch Sachen wie, äh, Seos. Durchaus eine Option. Oder, ähm, bei den Spriten nicht mohren, sondern Korn. Bier, saufen! Äh, nein, natürlich nicht. Kornblume, Himmelskavalerie Kornblume. Zwei Stufe 2er, kann nicht durch Kampf zerstört werden, solange sie Material hat. Ähm, bedeutet, wir können mit der reinrennen und dann einen Seos daraus machen. Wäre eine Option. Oder, falls wir gegen Cash Tira spielen und unser Gegner, äh, wie heißt er? Rise Heart oder auch Shangui-era auf dem Spielfeld hat, können wir die klauen und darüber dann ein göttliches Arsenal, Seos, legen. Wären Optionen. Also, da seid ihr relativ frei. Man kann auch überlegen, eine Apple Loser mit reinzunehmen oder eine Goddess. Aber, ja, Altaumritter Phönix wäre auch eine Option. Aber, ja, haben wir relativ viele Optionen. Ich gehe da jetzt nicht durch alles durch, deswegen. Das Video ist lang genug. Wir sehen uns, hören uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.